Mobbing Wenn du schlechte Karten hast, wirst du gemobbt. Ob dir das passt? Das ist eine völlig andere Frage, unter Umständen eine Plage, die über Jahre dauern kann, wo man nichts verändern kann. Hast du es überstanden, schmückst du dich mit Girlanden und läufst durch alle Räume, die dir bekannt noch sind. Du denkst, mein Gott, ich träume, wie freundlich alle sind. Das ist für dich ein Zeichen, dass du nicht auf der Arbeit bist, verweilst unter deinesgleichen und längst schon eingewiesen bist.